Musik Während Industrie und Wirtschaft jährlich Millionen für Lobbyismus ausgeben, um die Verabschiedung von verbindlichen Standards und Gesetzen zum Umweltschutz zu torpedieren oder sich von schon bestehenden gesetzlichen Regelungen freizukaufen, um so auch weiterhin Natur, Tier und Mensch vergiften zu können, brennt in einem durchschnittlichen Haushalt nur wenige Stunden am Tag das Licht. Greenpeace und WWF sind längst von diesem Lobbyismus unterwandert und gehen immer häufiger faule Kompromisse ein, wo diese zu unser aller Schutz und dem Schutz von Natur und Tier nicht sein dürften. Stattdessen propagiert man, dass es nun an uns läge, ein Zeichen zu setzen. Ja, umdenken sollte jeder. Also nicht Licht aus, sondern hören an. Stattdessen 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 Stattdessen